So, weiter geht's. Ich frage mich, wie lange die Angriffe denn noch gehen. Ich frage mich, wie lange die Angriffe denn noch gehen? Ja, Ziel vernichtet! Ja, der Panther hier oben, der macht alles platt. Ich schieße doch mal auf den Pershing. Jetzt zieht sich der Pershing zurück. Wenn wir hier bleiben, legen Sie uns um! Wir werden hier alle verbrechen! Ich glaube, aus dem Kanonieren, das war eine Nacht! Wir werden hier um. Wir werden hier um. Wir werden hier um. Wir werden hier um. Ja, heute spielt Deutschland. Nachher geht's los. Und dann mal gucken. Vielleicht wird der Tag ja noch richtig gut. Ich will jetzt aber leider mal auf dem Schattenverschen, es ist vorbei. Der Stützpunkt wird beschossen. So war es eigentlich nicht geplant, Trottel. Wie lange ging die Anwürfe denn noch? Sie sind in unserem Bereich. Unser Stützpunkt wird angegriffen. Los! Wir haben sie! Sie sind in unseren Stützpunkt eingedrungen. Sie sind in unseren Stützpunkt an. Einheit ausgefallen. Bodeneinheit der Luftwaffe bereit für Ihre Befehle. Stehen bereit, fehlerhalten und verstanden. Sie sind in unseren Stützpunkt. Sie sind in unseren Fluss. Sie sind in unseren Fluss. Sie sind in unseren Fluss. Einen Fluss. Das ist ein Jagdpanzer. Das Ziel wurde vernichtet. Auf neues Ziel ausrichten. Sie werden getroffen. Ich will das auf die Hade. Unsere Basis wird angegriffen. Schwere Sparteihofer. Amerikanischer Panzer vernichtet. Neue Botenrechteinigungstellung einnehmen. Hinein. Los. Es zieht sich ja alles ganz schön hin hier. Wir stehen bereit. Setzen uns in Bewegung. Marschbefehl erhalten. Hm. Batterie wird angegriffen. Fünf Gennadierer unter Beschuss. Nachuledn. Fünf Gennadierer unter 밖en. Doch die Netze. Feier einstéd. Wir versuchen den Volenten. Los, gefützter Erlein. Achtung. Auf wiederhören. Und das Führte. Und das Führte. Und dann verraten wir uns von meinem Leben, oder? Ihr geht, ihr geht, ihr geht! Hey, ich bin vor der Führte wieder zurückkritten. Oh, das fließt, jetzt ein wenig. Ihr Volksgenadierer Das ist ein Quatsch-Harmiges Hier ist niemand umgezingelt Wir haben eine Einheit verloren Nein Okay, dafür kommt Okay, drei Stunden Genau, ich kämpf bis zum letzten Mann Genau, ich kämpf bis zum letzten Mann Unsere Basis wird angegriffen Die Kräfte fällt aneinander Die Kräfte fällt aneinander Zuhören, Männer Netz den Panzer in Bewegung Der Stoßfunk liegt unter Beschuss Der Stoßfunk liegt unter Beschuss Schnell, uns der Wettbewerb Das Ziel ausrichten Bewegt das Stoßfunk Höchstgeschwindigkeit Ein Stoßtrupp wurde vernichtet Kann der Stoßfunk Oder einfach versuchen, rüberzufahren Stoßfunk Neue Koordinaten vor Hauptmann Funke Wir haben Funkkontakt zum Oberkommando Oha Sie wollen mit Ihnen über unsere Ablösung sprechen Das wurde auch Zeit Wir verschwinden von hier Geht doch Und sogar noch mit Bonus Gewonnen Die Kompakt Die Kompakt Die Kompakt Wiederholen Sie, das Signal ist sehr schwach. Ihre Befehle lauten wie folgt. Sie müssen Thron halten, bis die gesamte siebte Armee dem Kessel entkommen konnte. Nein, wir hören Sie immer noch nicht. Lassen Sie mich mal versuchen. Das sind Ihre Befehle. Meine Herren, ich schlage vor, dass wir sofort abrücken. Abrücken? Solange sich deutsche Einheiten nach Thron vorkämpfen, müssen wir den Korridor offen halten. Wenn das so ist, Hess, Glückwunsch. Ich befördere Sie mit sofortiger Wirkung zum Oberleutnant. Wenn Sie bleiben möchten, nur zu. Die siebte Armee hat die Ortschaft noch nicht erreicht. Wenn Sie jetzt gehen, missachten Sie ein Befehl vom Oberkommando. Das Oberkommando weiß nicht mal, ob die Nachricht in Thron empfangen wurde. Jeder, der hier nicht sterben will, kann gern mit mir kommen. Ansonsten, viel Glück, meine Herren. So. Eben schnell einen Projekt machen.